Über mich habe ich ja eine Menge gelabert, aber ich darf natürlich nicht nur als egozentrischer Arsch rüberkommen, sondern muss auch mal meiner Pflicht als Spieleentwickler nachkommen. Was ist die beste Möglichkeit, um das zu tun? Richtig, ich entwickle ein Spiel, ihr kleinen Sherlocks. Nur noch kurz ein paar einzelne Worte, wie ich diese kleine Miniserie aufbauen will. An sich ist das Ganze eine Art Devlog, das heißt, dass ich einzelne Schritte zur Schaffung eines Spiels dokumentiere. Normale Menschen würden dabei alles in ein Video packen, aber bin ich normal? Ich denke, diese Frage beantwortet sich schon dadurch alleine, wenn ich sage, dass ich das nicht in dieser Form mache, sondern die Informationen so klein wie möglich hacke wie ein japanischer Straßenkoch. So nehme ich euch immer wieder in kleine Teilabschnitte mit auf das Abenteuer des Entwicklens und ihr könnt ja hoffen, wie ich, dass ich eben irgendwie normal werde und das früher oder später einfach alles in ein Video packe. Aber für dieses kleine Spiel hier soll das eben nicht so sein. Und das allercoolste ist, dass ihr direkt Einfluss auf dieses Spiel nehmen könnt, indem ihr nämlich mal eure Meinung zu der Idee mit mir teilt. Aber dazu muss es jetzt erstmal losgehen. Gestartet bin ich also nur mit der simplen Maßgabe, irgendein kleines Spiel ohne jeglichen Druck zu entwickeln. Das Spiel sollte dabei eben nur so klein sein, dass ich es auch in einem gewissen Rahmen eben vervollständigen kann. Man soll sich ja nicht sofort überanstrengen. Die erste Phase der Spieleentwicklung ist logischerweise die wichtigste. Es geht um das Game Design und den generellen Artstyle. Achtung an der Stelle nicht verwechseln. Game Design hat mit dem Aussehen des Spiels absolut gar nichts zu tun, sondern ist der kreative Schaffungsprozess zum Spiel. Also quasi die Grundidee, die eben hinter diesem Spiel steckt. Mit dem Aussehen beschäftigt sich dann der Prozess des Game Arts. Aber mit dem konnte ich logischerweise erst beginnen, wenn ich eine Spielidee habe. Also nichts wie ran an deinen einfachen Texteditor und Ideen sammeln, dachte ich mir. Und das dauert. Und dauert. Und dauert. Aber nach einer Weile kam die Erlösung mit einer wirklich simplen Idee, die sich in meinen Ohren ganz gut angehört hat. Also zumindest in meinen Ohren. Grundlegend sollte es in meinem Spiel um drei Formen gehen. Viereck, Kreis und Dreieck. Diese Formen kommen in zufälliger Reihenfolge und in einer zufälligen Geschwindigkeit auf den Spieler zu und versuchen ihn so zu schädigen. Aber der Spieler sollte nicht wehrlos ausgeliefert sein wie ein wibberndes Eichhörnchen. Er hat nämlich die allmächtige Formkanone. Mit dieser kann er jedenfalls je nach Einstellung drei Formen, Viereck, Kreis und Dreieck verschießen. Und wem das auffällt, der sieht vielleicht, dass das die gleichen Formen sind wie bei den Gegnern. Und wie es der Zufall so will, kann jede Form nur die Gegnerform zerstören, die es selber darstellt. Also zerstört ein Dreieck aus der Kanone ein Gegnerdreieck, aber nicht einen Gegnerviereck oder einen Gegnerkreis. Die logische Schlusskonsequenz, erwischt man eine Form mit der falschen Munition, wird sie nur noch aggressiver und knattert den Spieler zusammen wie ein Schlaganfall ein Rentner. Das Prinzip sollte also klar sein, aber natürlich gibt es neben dieser Einfachheit noch einen Haken. Der Spieler entscheidet nicht, wann er schießt. Mitten im Feld gibt es nämlich eine Linie, die dann ausgelöst wird, wenn eine Gegnerform darüber gleitet. Und genau in diesem Moment wird die Munition gefeuert, die der Spieler in diesem Moment ausgerüstet hat. So könnte ich auch noch einen weiteren Twist erzeugen, indem ich zum Beispiel die Position dieser Linie mitten im Spiel verschiebe. Ziemlich cool eigentlich, was man mit so einer einfachen Idee manchmal so anstellen kann, finde ich. Zu diesem Moment war das Spiel für mich aufgrund genau dieser Einfachheit eine ziemlich cool klingende Idee. Und auch wenn ich weitere Ideen für Power-Ups oder sogar Bosse hatte, wollte ich die zu diesem Moment nicht manifestieren, um dieses Prinzip der Einfachheit nicht zu verletzen. Stattdessen wollte ich die Simpelheit auch dadurch ausnutzen, dass ich das Game einfach für Handys als Zielplattform entwickle. Immerhin muss der Spieler lediglich zwischen den drei Formen als Munitionen wählen und alles andere passiert ja automatisch. Und natürlich wollte ich meine allerliebste Unity 5 Engine nutzen, aber das war für diesen Moment auch noch nicht wirklich relevant. Nachdem also alles für die Grundidee geklärt war, konnte ich jetzt mit dem Schaffen der einfachen Grafiken beginnen, die ich prinzipiell für Munition, Gegner und das Overlay nutzen wollte. Es waren also nur die drei Formen, Dreieck, Kreis, Viereck und im Nachhinein muss ich echt sagen, ich zeichne wirklich wie ein geistig gestörter Vorschüler. Und das sogar bei diesen einfachen geometrischen Formen. Doch seht selbst. Generell wählte ich eine Art Freihand-Look, indem ich die Form allesamt mit meinem Grafiktablett skizzierte, anstatt sie einfach geometrisch korrekt erzeugen zu lassen. Ich begann mit den bösen Gegnern, die eine gefährliche rote Farbe und eine schwarze Outline bekamen, dann kam die gute grüne Munition mit einer weißen Outline. Zuletzt kamen eben die drei Form-Elemente, mit denen man die Munition selber wählen konnte, für die ich einfach orange wählte. Am Ende bin ich mit diesem Prinzip der Einfachheit zwar relativ treu geblieben, aber einen Schönheitspreis würde dieses Spiel wohl sicher nicht gewinnen. Aber das war mir für diesen Moment auch nicht wichtig, denn jetzt habe ich alles, was ich erstmal brauche, um meine Arbeit am Spiel richtig zu starten. Und damit endet auch dieser erste kleine Devlog zur Spielidee und dem Artstyle. Wie bereits gesagt, teilt bitte eure Meinung zu diesem ersten Spielgedanken mit mir und sagt auch generell eure Meinung zu diesem Arbeiten mit solchen Mini-Devlogs. Ich bin schon gespannt, wie es mit dem Spiel weitergeht. Ihr auch?